Musik Salü, bienvenue mis ami, so cooles Quickies, schnelle Filmtipps. Und Leute, ich bin gerade sowas von aus dem Häuschen, ich freue mich gerade so richtig doll. Dass ich jemals das Glück haben würde, euch diesen Film tatsächlich als Tipp vorstellen zu dürfen, damit habe ich in naher Zukunft nie gerechnet. Daher geht nun erstmal auch ein riesiger Dank an Studiokanal Home Entertainment von mir über den Äther, und zwar zum einen, da ich ohne die Hilfe von Studiokanal nicht die Möglichkeit hätte, euch das Video in der hier zu sehenden Art und Weise präsentieren zu können. Daher vielen lieben Dank an Studiokanal Home Entertainment. Und zum anderen möchte ich diesen Filmverleih auch dafür danken, dass er es geschafft hat, diesen Film, den ich euch gleich als Filmtipp präsentiere, nach so vielen Jahrzehnten, sowohl auf Englisch, aber eben auch auf Deutsch, wieder in Deutschland auf den Video- und Streamingmarkt zu bringen. Und zwar Kalitus Way. Ein Film unter der Regie von Brian De Palma aus dem Jahr 1993, mit Al Pacino in einer seiner wirklich besten Rollen als Filmschauspieler ever. Jetzt werden natürlich vielleicht einige von euch sagen, ja, aber ab und zu ist er ja doch schon wieder mal im Fernsehen gelaufen. Und ja, das stimmt. Allerdings bisher immer nur in gekürzter Fassung. Und das ist echt das ganz Besondere daran. Es wird diesen Film voraussichtlich ab 6. Juli 2023 sowohl auf Blu-ray, Video-on-demand, als auch als Collector's Edition 4K Ultra HD D2C endlich in ungekürzter Form geben. Geht dann also so ca. 144 Minuten. Und das ist einfach nur grandios. Was mich allerdings bezüglich der DVD, die es auch geben wird, wirklich gewundert hat, ist, dass dort als Filmlängenangabe tatsächlich dann nur wohl eine ca. 139-minütige Fassung vorzuliegen scheint. Aber eben die anderen Formate sind dann, wie ich sehen konnte, echt als Uncut auf dem Markt. Und das ist gerade bei Kalitus Way echt eine Sensation. Denn gerade die deutsche Synchronfassung gab es so, wie mir bekannt ist, wirklich noch nie. Für mich sieht Kalitus Way neben Scarface, One A Time in America und In den Straßen der Bronx wirklich mit zu einem der besten Mafia-Gangster-Filme, die ich kenne. Und El Pacino ist unbestritten einfach nur Hammer. Der Film beginnt eigentlich mit dem Ende. Der einzige Mafioso, Kalito, wird niedergeschossen und als er am Boden liegt, sehen alle Geschehnisse, wie es zu dieser Situation kommen konnte, vor seinem geistigen Auge vorbei. Und damit beginnt dann auch die eigentliche Filmhandlung. Kalito war eigentlich zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Doch aufgrund von Verfahrensfehlern gelang es seinem Anwalt, der übrigens von Champagne gespielt wird, ihm bereits nach fünf Jahren wieder in die Freiheit zu buxieren. Und Kalito will daraufhin dann auch aus seinem früheren Leben ausbrechen. Sein Plan ist es, auszuwandern. Denn er hat auf den Bahamas einen Kumpel, bei dem er sich gerne an dessen Geschäft beteiligen möchte. Der Freund hat wohl eine Autovermietung und aber natürlich muss Kalito dafür ein bisschen Kohle haben, um sich in diese Firma einkaufen zu können, doch die fehlt nun mal. Und er trifft dann seinen Cousin, der immer noch im Gangster-Milieu versteckt und ihn bittet, ihn bei einem Auftrag zu begleiten. Und obwohl oder gerade weil Kalito ein sehr mieses Gefühl bei der ganzen Sache hat, stimmt das zu. Ja, er soll dann auch Recht behalten, denn sein Cousin wird bei dem Geschäft umgelegt und Kalito befindet sich daraufhin selbst in Lebensgefahr, sodass er in Not mehr einen Drogenhändler erschießt. Das Geld, das bei diesem Geschäft überbracht werden sollte, nimmt er nun an sich, da er damit die Chance hat, sich in einen Nachtclub einzukaufen und somit letztlich die Kohle verdienen zu können, die ihm bis jetzt noch fehlt, um sich an der Autovermietungsfirma seines Freundes beteiligen zu können. So weit, so gut. Doch wie es immer so ist, wenn man einmal ein Leben in solchen Kreisen geführt hat, trifft man immer wieder auf jene, die man versucht, aus dem Weg zu gehen. Und somit ist es für Kalito nahezu unmöglich, sein Leben fernab von all dem in geordnete Bahnen lenken zu können, sodass er, wenn auch ungewollt, zwangsläufig wieder und immer weiter in den Stuhl seiner Vergangenheit hineingezogen wird. El Peccino in der Tite gebenden Hauptrolle Ja, was soll ich sagen? Er ist einfach nur fantastisch. Nicht nur, dass er mir dort auch vom äußeren Erscheinungsbild her total gut gefällt, kann ich ansonsten das zu nur sagen, seine Präsenz trägt den ganzen Film. Und immer, wenn ich an Kalitos Way denke oder über den Film generell spreche, fällt mir ad hoc immer diese legendäre Verfolgungsszene auf dieser U-Bahn-Station einschließlich U-Bahn-Zug selbst ein. Die ist für mich einfach das Highlight schlechthin in diesem Film. Doch auch gerade Sean Penn in der Rolle des zwielichtigen Anwalts ist richtig gut, wobei ich gestehen muss, dass ich ihn zuerst gar nicht wirklich erkannt habe, da er so eine krasse Typveränderung an den Tag gelegt hat, dass ich echt zweimal in Schaum musste, um ihn zu erkennen. Ich möchte nun auch nicht zu sehr ins Detail gehen, was den Film anbelangt, denn dies heute ist, wie gesagt, nur ein Filmtipp. Doch wenn der Film im Juli 2023 dann wirklich auf den Markt gekommen ist, werde ich ihn mir nochmals anschauen und dann eine größere Filmrecension darüber machen. Das steht für mich definitiv fest. Wie gesagt, Kalitos Way soll Anfang Juli 2023 als Uncut-Version erscheinen, sowohl auf Blu-ray als auch als Video-Enremant und ebenso als Collector's Edition 4K Ultra HD D2C mit 144-minütiger Spielfilmlänge. Ebenso als DVD, dort allerdings leider um etwa 5 Minuten gekürzt. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, diesen Film anzuschauen, denn er ist absolut Spitzenklasse. Ein Film, auf den ihr euch richtig freuen könnt und den ihr auch nicht mehr vergessen werdet, sobald ihr ihn einmal gesehen habt. Bis dahin sage ich nun aber erst einmal Salüya bentou misami. Eure Kulle. Eure Kulle.